Herzlich Willkommen im Seaside Friseurstudio Kummer. Welche Fahrschnitte haben Sie dann im Angebot? Zum einen den Radikalschnitt, den türkischen. Das ist die Palme. Die muss richtig stehen. Das geht hoffentlich nicht ohne Palme. Ich habe es auch im Angebot, die Nasenhaare zu trümmen, die Augenbrauen zu schützen. Wie bewertet der Kunde das ganze Paket hier? Ja, die sieht man sehr professionell an. Das würde ich jedem empfehlen. Felix, was kochst du uns heute Schönes? Heute gibt es eine Thai Curry. Eine rote. Ne, wir haben nur gelb und blut. Mit Möhre. Direkt aus dem Garten hinten. Brokkoli und Blumenkohl vom Willemann. Hier haben wir so ein bisschen Zwiebel. Zwiebel, ja. Das muss man halt schön einmassieren und dann kommt das alles in den Bottich. Wird angebraten und dann kommt das Thai Curry dazu. Lassen wir es uns so richtig genießen. So machen wir es. Möhre. Jagen Haube und ich bahs auf einem halen Buch slappe. Möller. Oh, du bist nicht normal, du bist nicht normal, du bist nicht normal. Dreh doch mal, du bist nicht normal, du bist nicht normal, du bist nicht normal. Ich hab mich nicht so schön